Hey Freunde, willkommen zum neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin wieder im Lager nach längerer Zeit. Letztens, das war nur eine kurze Stippvisite, um mal zu gucken, ob es noch steht. Ich meine, der Platz hier ist zwar sehr versteckt, aber trotzdem sollte man hin und wieder mal schauen, ob die Sachen noch stehen und noch an Ort und Stelle sind. Ja, was steht heute an? Ich möchte etwas bauen. Das ist mir gestern so in den Sinn gekommen. Was es ist, werde ich aber jetzt noch nicht verraten. Der Tisch muss neu gemacht werden, weil den braucht man nur antippen. Dann kippt er schon um. Das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Eigentlich steht das Projekt Regal auch noch immer an, aber das werde ich heute nicht mehr schaffen, die ganzen Sachen, weil es ist nicht mehr so lange hell. Wir haben schon einen späten Nachmittag. Ja, mal sehen, was ich heute noch so schaffe. Als erstes steht auf jeden Fall das an, was ich gerade als erstes erwähnt hatte, was ich aber jetzt noch nicht verraten werde. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, den Tisch kennt ihr ja schon. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich halt hier die falsche Bindung benutzt. Die Schnur ist nicht so ideal für so die Wände festzuhalten und so reicht die. Aber für den Tisch nicht so ideal. Guckt. Total wackelig. Ja, das erklärt ja eigentlich schon alles und den werde ich jetzt heute mal mit Paracord und einer vernünftigen X-Wickel-Technik richtig fest schnüren. Ich hoffe, dass er dann was stabiler ist und vernünftig hält. Ich denke mal, das werde ich jetzt als erstes machen, weil das was schneller geht. Weil da brauche ich ja nur zusammenbinden und danach mache ich das andere Projekt. Und ich würde sagen, ich lege jetzt direkt mal los. Ja, ich habe den Tisch gerade mal schnell auseinander gemacht. Dann musste ich erst mal gucken, welche Stämme für was waren. Also die hier sind auf jeden Fall als die Tischplatte gedacht. Das sind die Füße, die zwei und die zwei. Ich werde die jetzt mal zusammenbinden. Weil ich will mich jetzt nicht zu lange hier dran aufhalten, weil eigentlich wollte ich heute nur das andere Projekt machen. Aber das hat mich extrem gestört, dass der Tisch so wackelig ist und man da immer aufpassen muss, was man da drauf stellt oder so. Oder wenn man da leicht gegenkommt, das dann ja dann umkippt und je nachdem, was da für Sachen draufstehen liegen, ist das dann nicht so ideal. Deswegen, ich mache den Tisch jetzt auf die Schnelle und dann kommen wir mal zum eigentlichen Projekt. Weil wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Die Dämmerung setzt schon langsam ein und es wäre schön, wenn ich das heute noch fertig kriegen würde. Weil ich wollte mir gleich auch noch dann was zu essen machen. Und eigentlich möchte ich jetzt nicht hier voll rumhetzen und dann schnell wieder einpacken und nach Hause müssen. Deswegen, ich werde mich jetzt auch nicht so viel mit der Kamera beschäftigen. Ich werde jetzt hier mal reinhauen. Ich werde jetzt hier mal reinhauen. Ich werde jetzt hier mal reinhauen. Ja, also ich habe jetzt, wie ihr seht, die Queräste dran gemacht. Jetzt kommt quasi das noch hier dran. Und dann werden hier die Stämme noch reingelegt. Ich muss jetzt noch gucken, wegen der Breite, alles was übersteht, kann ich absägen. Aber eins weiß ich auf jeden Fall mit Sicherheit und zwar, dass der vorher ganz anders gebaut war. Weil ich habe hier, habe ich sogar noch zwei übrig. Ich weiß auf jeden Fall, dass die hier vorher, die dünnen waren eigentlich hier unten, um das zu befestigen. Ich baue das jetzt erstmal schnell zusammen, weil wie gesagt, ich würde den jetzt so schnell wie möglich gern fertig kriegen. Das ist auf jeden Fall so fest, wackelt nicht so rum, wie ihr seht. Ja, wie gesagt, Tisch fertig kriegen und ich habe gerade mal die Uhrzeit gecheckt. Also ich glaube, ein anderes Projekt, was ich eigentlich vorhatte, werde ich heute nicht mehr hinkriegen. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr, weil, wie gesagt, ich würde mir auch gerne noch was zu essen machen. Und das dauert auch noch seine Zeit. Es war nichts Spektakuläres. Ich habe mir eine Guleichsuppe mitgenommen, aber das muss ja trotzdem erstmal köcheln. Dann das Essen noch. Weil in einer Stunde wird es schon dunkel. Das heißt, ich mache den Tisch jetzt noch fertig. Dann mache ich mir was zu essen. Und wenn es dann dunkel ist, dann trete ich mal langsam wieder den Heimweg an. Also leider, der ursprüngliche Plan nicht umgesetzt, aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Und dann mache ich das halt beim nächsten Mal, weil ich werde die Tage auf jeden Fall nochmal nach hier kommen. Dann seht ihr das halt eine Woche später, wenn da nicht noch ein anderes Video dazwischen kommt. Da habe ich nämlich auch noch was im Kopf. Ja, wie gesagt, Tisch fertig machen, ein bisschen was zu essen machen. Und wenn es dunkel ist, ab nach Hause. Ja, und den ganzen Tag war es dunkel, grau, regnerisch. Und jetzt zum Abend kommt die Sonne noch raus. Herrlich. Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich ja doch noch ein bisschen länger bleiben, als ich ursprünglich vorhabe. Ja, der Vorteil ist jetzt, der war ja vorher so schmal, der Tisch. So. Das heißt, ich werde den jetzt auf die Breite machen. Dann hat man ein bisschen mehr Fläche. Weil ich habe gesehen, da vorne liegt noch ein Ast. Ich habe genau die Dicke wie der. Da kann ich noch zwei, drei Stücke absägen. Und ja, dann wird der noch ein bisschen größer gemacht. Ist gar nicht verkehrt, weil da sitzt einer, hier sitzt einer, dann hat man ein bisschen mehr Platz. Ja, gute Idee, mache ich jetzt. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Schauen wir, wie viele davon noch dazwischen passen würden. Das wäre eins, zwei. Oder ich mache einfach zwei und dann kann ich das so anpassen. Ist besser, als wenn ich das jetzt erst festbinde, dann die Äste reinlege und dann habe ich nachher eine Lücke drin oder so. Ich mache es lieber andersrum. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Wie ich ja eben schon erwähnte, Gulleichsuppe aus der Dose. Ja, es gibt so Tage, da hat man einfach keine Lust groß rum zu kochen. Vor allen Dingen wusste ich, dass ich heute nicht viel Zeit habe. Und wenn ich jetzt hier noch anfange, Fleisch zu brutzeln oder mir irgendeine XY-Pfanne zuzubereiten, dann hätte ich heute nicht mal mehr den Tisch geschafft. Ich bin nämlich ein bisschen spät losgegangen, weil ich erst noch hin und her überlegen war, ob ich heute überhaupt gehen soll. Weil momentan fehlt mir so ein bisschen die Motivation. Liegt unter anderem aber auch am Wetter. Weil es die letzte Zeit andauernd nur am Regnen ist. Hier war es sehr stürmisch tagelang. Heute sollte es trocken bleiben und da habe ich mir gedacht, komm, gehst du in den Wald. So, jetzt brauche ich aber noch. So, jetzt brauche ich jetzt. So, jetzt brauche ich jetzt. So, jetzt brauche ich jetzt. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich lasse das jetzt noch 2-3 Minuten abkühlen, weil es sehr sehr heiß ist Damit sind wir am Ende des Videos angekommen Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nicht meinen ursprünglichen Plan umsetzen konnte Wie gesagt, das seht ihr dann ein andermal Ich werde mir jetzt hier noch die Gulaschsuppe reinpfeifen Und dann auch mal langsam zusammenpacken und nach Hause gehen Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen Kanal abonnieren, wenn das noch nicht gemacht hat Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, ciao